Servus, Christian Martenja hier vom 1. FC Nürnberg. Wir wissen um die Lage bei euch, wir sind tagtäglich in Gedanken bei euch. Wir drücken euch natürlich die Daumen und wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt. Das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal sehen. In diesem Sinne, tschau. Hallo, ich bin Mats Möller-Darley, ich bin Spieler für FC Nürnberg. So, every day we're watching the news and watching the war going on and it's horrible. So, just wanted to say, be strong and that we are with you in our thoughts and in our prayers. And, yeah, it is not easy, but I just wanted to send a message like this and say that you have to believe in yourself and stay strong. Servus, ich bin Florian Hübner und spiele in der Innenverteidigung im 1. FC Nürnberg. Wir müssen uns jeden Tag mit angucken, was in der Ukraine passiert und können uns gar nicht vorstellen, wie ihr leidet. Trotzdem denken wir an euch, bleibt stark und haltet durch und vielleicht zieht man sich ja hoffentlich im Stadion. Und cyan gerne. én, welche es aus dem Schraub Die Marge